Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du den Änderungsverlauf von Zellen in Google Sheets ansehen kannst. Und wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch weitere Videos über Google Sheets oder über Apps Script. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Wenn du deine Tabelle mit mehreren Personen teilst und dann dort eben auch mehrere Personen dran arbeiten, dann habe ich dir ja schon einmal im Versionsverlauf gezeigt, wie man über die Zeit eben nachvollziehen kann, was wo für Änderungen gemacht wurden und von wem. Und das Ganze kannst du auch auf Zellebene machen. Das heißt, du kannst pro Zelle einen Änderungsverlauf anschauen, wie diese ganze Zelle eben bearbeitet wurde. Und das Coole daran ist, dass du einfach auf die Zelle dann einen Rechtsklick machen musst. Und hier findest du auch den Änderungsverlauf dann zum Anzeigen quasi im Menü vom Rechtsklick. Und das Ganze ist auch relativ neu in Google Sheets. Und wenn du da draufklickst, öffnet sich hier ein kleines Fenster. Und hier steht dann zum Beispiel, dass eben vom Account Leonard RR eben hier der Text eingefügt wurde und auch mit Datum und Uhrzeit. Und hier habt ihr dann zwei Pfeile. Dort könnt ihr dann auch vorherige Änderungen anzeigen. Zum Beispiel, dass jetzt hier eben gar keine weiteren Änderungen aufgetreten sind. Und ihr könnt dann damit quasi in der Zeit hin und her springen. Und bei der Zelle C1 an der Tabelle habe ich hier schon mal ein bisschen mehr gemacht, dass man sich das Ganze auch einmal anschauen kann. Und hier steht dann zum Beispiel, dass eben am 17. Februar hier von Leonard RR eben die Änderung gemacht wurde, dass eben der Text von 100 durch 105 030 geändert wurde. Und wenn man dann zurückklickt, sieht man, dass hier eben auch schon mal die Summenformel drin stand und dann eben durch 100 ersetzt wurde. Und so weiter könnt ihr euch dann hier durchklicken. Und dann sind hier eben einige Änderungen drin, die eben zurückverfolgt werden können, bis zur Erstellung der Tabelle an sich. Und dort könnt ihr euch dann durchklicken und eben auch anschauen, wie zum Beispiel sich eine komplexe Formel über die Zeit entwickelt hat, wenn ihr so etwas in eurer Tabelle verwendet. Oder eben auch, wie sich bestimmte Daten verändert haben über einen gewissen Zeitraum in einer bestimmten Zelle in einer Tabelle. Und dann könnt ihr das eben hier genau ansehen und euch anschauen. Und das ist eben auch viel einfacher, als würdet ihr eben durch den Versionsverlauf gehen, den ihr eben nochmal unter Datei und Versionsverlauf findet. Und dann könnt ihr hier euch den Versionsverlauf ansehen. Und es wäre dann viel schwerer, hier eben nachzuvollziehen, wie genau sich welche Zelle geändert hat. Und deswegen hat man hier den Änderungsverlauf der Zellen eben eingeführt, um eben das Ganze anzuzeigen. Und den findet ihr, wie gesagt, nochmal, wenn ihr einen Rechtsklick auf die Zelle macht und dann auf den Punkt Änderungsverlauf anzeigen klickt. Dann öffnet sich hier ein kleines Fenster, wo ihr dann mit den Pfeilen von links nach rechts quasi auch wie auf einem Zeitstrahl nachvollziehen könnt, welche Änderungen wann gemacht wurden. Und das war es auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge? Schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao.